Allgude und willkommen zurück zu NoMyPime. Ich bin der Typ mit dem Bart. Ja, was soll ich sagen? Weiter geht's. In der letzten NoMyPime-Folge habe ich ja weitergemacht mit dem Ausbau meines oder mit dem Weiterbau meines Langhauses. Da werden wir natürlich jetzt auch noch anknüpfen. Ich hatte die Möglichkeit, offscreen noch ein bisschen was zu tun, denn ich hatte ja festgestellt mit euch zusammen, das Ding ist einfach viel zu kurz. Ist ja ein Langhaus und eigentlich war es, ja, ziemlich kompakt. Ich habe das in die eine Richtung jetzt noch ein bisschen erweitern können. Da bin ich ganz zufrieden mit. Das werde ich euch gleich zeigen. Und heute werden wir uns die andere Seite mal vorknöpfen. Da kommt auch schon mal ein bisschen Dach drauf und ich habe mir für die andere Seite auf jeden Fall was ausgedacht. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und lasst mich mal ganz kurz überlegen, was ich noch sagen wollte. Ich habe gerade so viele Dinge im Kopf gehabt, die ich loswerden wollte. Und jetzt habe ich einfach wieder, ja, einfach Sieb, einfach Kopf wie Sieb, genau, Gehirn wie Sieb, Gedächtnis wie Sieb und habe es eigentlich schon wieder komplett vergessen. So, jetzt habt ihr euch mein Gestammel genug angehört. Nach einem kurzen Intro geht's los. Okay, hier sind wir auch schon wieder auf der Baustelle. Und wenn ihr euch fragt, ob ich meine Videos oder meine, ja doch, meine Videos im Vorfeld skripte, äh, nee, tatsächlich nicht, sonst hätte ich gerade nichts rumgeeiert. Äh, das ist nämlich immer relativ spontan, wie ich das mache. Nur, falls ihr euch mal fragen solltet, was macht der oder wie macht der das eigentlich? So, jetzt aber genug gebabbelt. Äh, wir schauen uns mal ganz kurz an. So sieht das jetzt mittlerweile von innen aus. Das ist auch schon Teil vom Dach drauf. Ich glaube, das war in der letzten Folge noch nicht so weit, weil ich ja, wie gesagt, noch ein bisschen umbauen musste. Ähm, hier diesen, diesen, äh, Bogen, Spitzbogen, den ich hier hatte, den habe ich erstmal wieder weggemacht. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Das hat mir noch nicht so ganz gut gefallen. Äh, das werden wir vielleicht im Nachgang machen. So, wir schauen uns das hier mal an. Äh, ich hatte hier oben auch schon mal so ein Dachfenster eingebaut, was mich persönlich, äh, oder ehrlich gesagt gar nicht so glücklich macht, weil dadurch, dass die Dächer so versetzt sind, sieht das ein bisschen beknackt aus, weil ich werde euch das zeigen, wo mein Schmerz gerade liegt. Das ist nämlich genau dieser Balken hier, ja, äh, den hier. Das kennt ihr ja, auf der anderen Seite verschwindet der einfach dahinter. Und ich finde, das sieht einfach nicht, das sieht nicht aus, ja. Also mir gefällt es nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich kann es mir schon fast denken. So, was ich gemacht habe, ich habe ganz viel mit diesen Holzeisenbalken gearbeitet, einfach um die Stabilität zu gewährleisten. Das geht definitiv besser und habe die dann nachher mit den normalen Holzbalken verkleidet. Deswegen sieht das hier immer so aus, als ob da so Nieten drin wären. Und ich liebe diesen Look. Ich finde, Holzeisenbalken an und für sich sind kackhässlich. Ja, finde ich überhaupt nicht schön. Aber wenn du die hier drüber setzt, die normalen Holzbalken, bekommt das einen ganz eigenständigen Look. Und ich finde das total geil. Ich mag das und deswegen bleibt das auch erstmal so. So, was ich mir hier gedacht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da müssen wir nochmal ran. Weil ihr seht ja selber hier, ich habe hier so Holzklappen davor gemacht, um einfach einen anderen Look reinzubekommen. Und dann hatte ich mal ausprobiert, wie das aussieht, wenn man die aufklappt und zuklappt. Müssen wir mal gucken, ob wir das so lassen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sieht das so innen drin erstmal ganz nice aus. Hier haben wir noch ein bisschen... Ich kann euch mal den Eingangsbereich zeigen, ne? Also so sieht der aus. Der ist natürlich auch noch nicht komplett fertig. Da wird nachher natürlich auch noch einiges gemacht. Aber ich habe schon wieder angefangen, Details auszuarbeiten, während ich mit der eigentlichen Konstruktion noch gar nicht fertig bin. Und das ist ja irgendwie nicht richtig. So, ich habe mir gedacht, in diesem Langhaus kommt hier hinten so der Wohnbereich rein, sage ich mal. Wahrscheinlich wird hier auch nochmal ein Feuer weniger. Ich habe das erstmal nur so reingemacht, weil ich ein bisschen Gefühl dafür für die Größe kriegen wollte. Hier wird dann wohl der Kochbereich reinkommen, denke ich mal. Ich weiß es noch nicht. Und hier, oder kommt hier der Wohnbereich rein? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber wir haben ja festgestellt, es ist zu kurz. Und hier der Bereich, der jetzt hier noch nicht gebaut ist, da würde ich mir tatsächlich komplett die Schmiede hinsetzen. Ja, und zwar dann auch weg von diesen normalen Spitzdächern hin vielleicht zu irgendwas Rundem oder so. Da müssen wir nochmal zusammen gucken. Entweder machen wir das gemeinsam in den Folgen oder aber ich mache das dann auch einfach offscreen und werde euch einfach nachher das Ergebnis zeigen. Ich könnte hier, glaube ich, gefühlt 20 Folgen draus machen und mit euch zusammenarbeiten. Aber ich will das relativ kurz halten. Maximal 5 Folgen. 2 haben wir schon. Also seht ihr selber, es gibt eine Menge für mich zu tun, das Ganze dann offscreen zu machen. So, jetzt werden wir uns aber nochmal eben um den Dachausbau kümmern, weil ich möchte hier heute tatsächlich das Dach mit euch zusammen draufkriegen. Da brauchen wir nämlich schon noch ein bisschen Teer. Also ich habe irre viel Materialien gefarmt. Also verhältnismäßig. So viel Teer ist es halt auch nicht. Und ich bin nochmal hin und her geschippert und habe mir noch Eisen geholt und Nägel geholt, um das alles überhaupt zu bewerkstelligen. Und hier steckt ja auch schon jede Menge Eisen drin. Also hier bin ich echt schwer unterwegs gewesen und habe mich natürlich auch wieder immens verfahren. Deswegen ist es auch noch nicht weiter, weil ich halt eine Menge Zeit dazu gebraut habe. So, jetzt kriegen wir nochmal kurz einen Schluck Kaffee. So, und dann legen wir los. So, äh, nee, jetzt habe ich doch das Edelholz vergessen, ne? Nicht doof. Nicht doof, das Edelholz vergessen. So, nee, nicht Edelholz. Holz. Ich wollte doch gerade sagen, das war doch kein Edelholz. So, dann können wir eigentlich das gerade wieder hinsetzen. Den Stapel. Und dann ist er schon wieder voll. Ja, komm. Machen wir eben erstmal hier das Dach drauf. Das ist auch gar nicht so einfach, sich hier die Dings zu bauen. Hier, äh, das Gerüst. Aber ich wollte es tatsächlich mal ausprobieren. auch einfach mal ohne, warte mal, hier wollte ich eben noch die Verbindung hinmachen, auch tatsächlich mal ohne, dass ich, äh, hier mit Dev-Commands arbeite. So, wie sieht das jetzt aus? Wahrscheinlich Müll. Ja, das ist ja nichts. Ja, was hat der denn da gemacht? Also ich. Aber das muss doch. So muss das doch. Genau. So war das. Ist ja eigentlich auch Rille, ne? So. Äh, dit, 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 dit. Wir bauen uns hier eben nochmal so ein paar Behilfstreppen hier hoch. Das mache ich nämlich eigentlich immer ganz gerne. Nee, so nicht. Damit man auch einfach besser hier rüberkommt. Und dann kannst du den Krempel auch einfach viel, viel besser bauen. Vielleicht für euch ein Tipp, falls ihr das selber noch nicht wusstet. Und komplette Neueinsteiger seid. Und war allem, was ich mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen gebe, dass es noch richtige Neueinsteiger gibt, weil das Spiel mittlerweile so weit fortgeschritten ist. Äh. Eigentlich kennt es ja jeder. Dimm, 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 dimm. Hoppsasa, tralala. So. Witt. Einmal runter. Das ziehen wir natürlich dann nachher auch noch hier unten entlang. Muss natürlich alles noch weitergeführt werden. Hier müssen die Holzeisenbalken noch weiter runtergezogen werden. Aber ich hatte erstmal kein Material mehr gehabt. Deswegen musste ich erstmal hier, äh, einen Baustopp machen. Das ist jetzt weniger spannend. Also Dachbau finde ich ehrlich gesagt, wenn du nur stumpf das Dach hinstellst, ist es überhaupt 0, gar nicht spannend. Aber es gehört halt auch einfach dazu, ne? So, man hätte natürlich auch größere Versätze hier rein, äh, machen können. Also, ihr seht es ja selber. Warte mal, ich zeige es euch gerade nochmal, was ich meine. Ja, ihr seht ja immer, das sind unterschiedliche Höhen. Also das Teil hier ist höher als das hier und das nächste als das hier. Das hätte man auch noch ein bisschen größer machen können. Aber ich finde es ganz attraktiv, wenn das nur so ein bisschen ist. Ja, man es aber trotzdem erkennt. Also wenn ich mal hier vom Weiten gucke, jetzt muss ich aufpassen, dass mich nicht gleich wieder irgendwas anfällt. Ja, so, was ich hier natürlich gemacht habe, hier habe ich ein bisschen getrickst. Äh, hier habe ich es auch nochmal runtergesetzt und zwar massiv runtergesetzt. Ja, also das ist hier, das hier ist massiv niedriger als da zum Beispiel, diese Stufen drin. Äh, und habe das dann aber komplett auf der Höhe gelassen und habe es in die Länge gezogen, sodass dann dieses Gebilde bei rauskam, was ich persönlich ganz geil finde. Also, mir hat es echt gut gefallen. Und, äh, ihr könnt mir glauben, wenn ihr meine Videos gesehen habt, ich bin bei vielen Sachen, nicht bei allen, aber bei vielen Sachen bin ich schon sehr selbstkritisch. Und, äh, ich reiße lieber ab. Äh, irgendwie zwei Stunden Arbeit, die ich mir hier reingesteckt habe, die reiße ich lieber ab, als dass ich das nachher lasse. Und, äh, es geht mir voll auf die Nerven und ich mag das überhaupt nicht angucken. Dann lieber alles nochmal abreißen und neu. Aber ich denke, die alten Baumeister unter uns oder unter euch, äh, die werden das fühlen, die kennen das. Man hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber. Und denn, äh, es geht klar. Und, äh, es geht, äh! Lassen wir erst mal so hier. Was fehlt? Holz. Oh, Holz geht hier so immens. Ich habe hier einen Durchlauf an Holz. Es ist unglaublich. Ich habe es neulich geschafft, tatsächlich vier Stunden lang nur Holz zu schlagen. Nichts anderes zu machen. Also das wäre echt mega gewesen, dass in einem Video, das wäre super langweilig geworden. Und das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So. So, jetzt können wir hier gerade nochmal hochklettern. Bleibt doch hier, genau. So. So war es doch nicht. Das hier wollte ich doch. Ja genau, einfach durchgerutscht. Na, so geht es auch. Ne, das ist ja Müll. So ist richtig. So. Den Krempel wieder einfangen hier. Aber lass mal kurz schauen, wie das von außen aussieht. Sollte eigentlich so aussehen, wie es aussieht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ständig den Abflug mache. Denn ihr werdet es kennen. Was man hier beim Bauen wirklich sehr oft vergisst, ist einfach das Essen. Und dann fällst du einfach mal vom Geländer oder vom Gerüst. Und dann ist Matsch. Und du denkst so, ne, scheiße. Konnte das denn passieren? Alles hat einen Grund. Ich kann es euch sagen. So. Jetzt mal eben Sachen durchreparieren. Au. War jetzt nicht so schlimm. So, dann können wir das mal hier abreißen. Einsammeln. Und dann können wir das Feuerchen mal hier hinstellen. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Licht. So, ich habe das weniger der Gemütigkeit gemacht. Sondern eher einfach nur, damit hier besseres Licht ist. Und jetzt geht es halt darum, wir müssen uns hier außen was einfallen lassen. Ja, da bin ich gerade noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das am besten bewerkstellige. Aber erstmal reißen wir den Krempel hier ab. So, das nervt mich nämlich gerade. Das muss mal ein bisschen weichen. So, und wo man nämlich auch immer sehr aufpassen muss, ist, äh, wenn es dunkel wird. Ich bin nämlich schon, äh, zweimal gestorben. Weil dann auf einmal ein paar Fooling hinter mir standen. Und nichts gegessen. Und dann bist du Matsch. So. Wir gehen mal kurz eine Runde pofen. Da sind wir wenigstens auch gleich ausgeruht. Dim, 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 dim. An der Stelle mal ganz kurz der Hinweis. Falls ihr nächste Woche Mittwoch nichts vorhabt und, äh, ein bisschen Unterhaltung braucht. Dann schaut doch gerne mal ab 20 Uhr auf Twitch vorbei. Da sind wir nämlich wieder in der Valheim-Community auf unserem Bubbleheim-Server unterwegs. Und wir starten eine neue Event-Map. Äh, nennt sich The Old Road. Ja, das ist quasi auch eine No-Map-Map. Ja, allerdings, ähm, anstatt eines Kompasses oder der Minimap habt ihr quasi eine Straße, die euch durch, komplett, deswegen heißt das Ding auch The Old Road, ja, durch, äh, die ganze Welt halt führt. Ihr müsst eigentlich immer der Straße folgen und dann kommt ihr automatisch irgendwie in jedes Biom. So habe ich es zumindest gelesen. Das machen wir in der Community, das heißt, wir sind wieder jede Menge Leute, äh, die daran Spaß haben. Und wir werden zusätzlich, äh, ein bisschen an die World-Modifiern drehen, ja. Also Hildie ist mit dabei, die ist ja mittlerweile auch implementiert. Wir werden das Ganze einen Tacken schwieriger gestalten. Äh, was genau das sein wird, werdet ihr dann zum Start nächste Woche hören. Also, wenn ihr Bock habt, da reinzuschauen, ich würde mich wahnsinnig freuen. Mittwochs immer grundsätzlich ab 20 Uhr auf Twitch findet ihr immer einen Valheim-Stream. Äh, und, äh, ja, ich würde, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, lesen oder hören oder wie auch immer. Und, äh, vielleicht habt ihr ja sogar Lust mitzumachen, ja. Dann schreibt mir ja auch gerne mal bei uns auf dem Discord. Äh, vielleicht haben wir noch ein Plätzchen oder zwei frei. So, jetzt haben wir gepennt. Ausgehutzt sind wir auch. Haben wir die Zeit gut genutzt, ein bisschen Werbung machen. Muss ja auch mal sein, irgendwie schmeckt das Wasser komisch, ey. Als ob da einer eine Zigarette ausgedrückt hat. So, warum bin ich denn hier? Ich bin durchs verkehrte Portal gelaufen. Ich bin ja am völlig anderen Ende. Springer? War das so Springer? Boah, ich hab einfach zu viele Portale, ich weiß es nicht mehr. Hm, nein. Herzlich willkommen beim lustigen Radespiel. Wo ist das Portal? Hä? Aber ich bin doch, hä? Mistlands 1? Baustelle, Baustelle. Mensch, steht hier auch groß dran, Baustelle. Und wie quasi in jeder Folge, wenn ich sag, wenn ich das Portal nicht finde. Ich müsste mal ein Portal abbauen. Aber ich glaube, dazu wird es nie mehr kommen. Keine Ahnung. Vielleicht baue ich das auch hier noch rein. Ich weiß es nicht. So, ich hatte ja gerade gesagt, ich muss erst mal gucken. Nichts, dass hier wieder irgendwas kreucht und fleucht. Meistens sind es auch Moskitos. Die meinen, die müssten mir auf den Sack gehen. Ja, da hinten ist nämlich schon einer. Und ich bin aktuell... Doch, ich hab ja einen Bogen dabei. Ja, Bogen ist am Start. Leider keine Pfeile. Das heißt, wir werden die mal ganz kurz antriggern hier. Komm her, du. Komm her jetzt. So, da ist die nächste. So. Was macht denn der Lok so nah an meiner Hütte? Da bin ich aber auch nur semi-begeistert, ne? Ist das meine? Nein. Ist er nicht. Nein. Ach, er hat mich gesehen. Ah, den müssen wir jetzt wohl mal ein bisschen weg... weglocksen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in die nächste Fooling-Gang reinspringe. So, der ist jetzt da. So, hier war nur eine Mücke. Da ist noch eine. Die, die ich blocke, erwische ich nicht. Und die, die ich nicht geblockt habe, erwische mich. Und die haue ich dann auch noch um. Wie ist das jetzt da? Ja, das sind nämlich auch so Dinger, ne? Also, ich hatte auch kurz schon überlegt, ob ich hier noch an dem World-Modifier was drehe, während ich am Bauen bin. Aber, ach, wisst ihr was? Lassen wir das einfach. Wir lassen einfach so, wie es ist. Wenn es mich zerreißt, dann zerreißt es mich. Macht einer die Hütte kaputt, fange ich halt an zu weinen. Dann ist das halt so. So. Ich hatte gesagt, wir müssen uns hier irgendwas einfallen lassen. Jetzt ist die Frage. Ich habe irgendwie noch nicht so wirklich ein Design im Kopf. Lasst uns mal kurz überlegen, wie wir das anstellen können. Wir machen erstmal den Krempel hier weg. Und, äh, dann müssen wir mal gucken. Ich muss mir immer ganz grob so, das mache ich mittlerweile ganz gerne, mir quasi so ein, so, ja, so eine, so eine Linie zu ziehen, wie ich mir das vorstelle. Also, äh, man könnte es nochmal hier etwas verlängern. Und dann könnte man vielleicht, ich will es nicht ganz, rund machen. Weil rund ist doof wegen Dach. Das hatte ich da hinten auch schon ausprobiert. Das hatte ich auch auf Screen gemacht. Und es hat einmal noch nichts ausgesehen. Jetzt habe ich aber wieder keinen Stein einstecken, ne. Ja, war klar. Lassen wir uns mal eben die Taschen leer machen. Und dann schmeißen wir eben nochmal den Teer hier rein. Nein, rein. Ich will es nicht wieder mitnehmen. Äh, hier haben wir noch Nadeln. Die können da mit rein. Hier haben wir noch irgendwo mal eine Steine. Damit wir nochmal kurz den Boden da in der Ecke anheben können. Da lacht doch schon wieder einer frech. Der Park, der lockt schon wieder vor meiner Haustür. Was ist denn das? Was hat denn der hier für ein Problem? So. Stein mit Tisch. Ey. Wer kloppt denn hier an meiner Hütte rum? Seid ihr irre? Ja. Hey, what? Komm her, du. Ja. Und so geht es die ganze Zeit. Und das nervt. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte den Stein mit Tisch umsetzen. Dimm, 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 dimm. So. Wow, du kannst es wieder nicht anheben. Also muss man es wieder so machen. Ist ja auch so gut, dass das kein Material kostet oder so, ne? Näh. So. Jetzt aber. Äh, genau. Ich habe mir gedacht, wir machen das vielleicht so. Dann lassen wir das hier so nicht im 90 Grad, sondern im 45 Grad Winkel. Sind das 45 Grad? 90. Näh, näh. Ja, passt. Genau. Hm, hm. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein Versatz durch den Winkel drin, aber das soll uns auch erstmal nicht weiter stören. Oder stört mich das nachher? Kriege ich da Probleme? Wahrscheinlich kriege ich da Probleme. Da kriege ich doch jetzt schon Schmerzen im Gesicht, wenn ich das schon sehe. Äh. Lass uns mal gucken. Ja, da kriegst du nachher natürlich wieder kein Tor rein, wenn du das so machst, ne? Da müssen wir es vielleicht offen lassen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So. Wir führen das aber hier erstmal weiter. Und da kommt noch eine, so ein Lachkeks. Jetzt kenne ich jemanden, wenn er es gesehen hat, der jetzt gleich anfängt zu lachen. So, wir können mal ein bisschen Kohle anwerfen. Äh. Ich würde es glaube ich auch hier so rumziehen oder beziehungsweise. Äh. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie, wie, wie machen wir das? So, lasst mich ganz kurz überlegen. Äh. Das müsste reinpassen. Wobei, eigentlich hätte ich hier gerne Stein. Ja. Stein ist, ist alle. Und die sind mir doch hier alles auseinandergepflückt, die Affen. Was soll denn das? Guck mal, hier habe ich ja auch noch so viel Zeit. Hier ist, ach guck mal, hier sind ja die Pfeile drin. Und hier habe ich auch noch Reisen, Mann. Ich habe den ganzen Krempel hier rübergekriegt. Ach. Das ist zum Heulen. Das ist einfach zum Heulen. Ich mache mir so viele Wege doppelt und dreifach. Oh, wie hohl. Einfach hohl. Äh. Ich sage jetzt nichts dazu. Ihr sagt bitte lieber auch nichts dazu. Das ist sonst alles, äh, ist das für die Füße. Ja. So, probieren wir das mal hier. Ah, jetzt fehlt doch wieder Stein. Oh, nein. So, jetzt haben wir nämlich genau den Schiss, den ich gerade schon vermutet habe, ne? Jetzt hast du nämlich überall diesen dämlichen Versatz drin. Hmm. Aber eigentlich will ich das so haben. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, so diese Form. Mir gefällt das sehr gut. Aber ich glaube, da komme ich nicht so wirklich weit mit, ne? So, jetzt habe ich natürlich wieder die Lampe angeschmissen. Boah. Hmm, 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 hmm. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Also, was ich machen kann... Ich kann mir jetzt nochmal Stein holen. Ich glaube, ich muss nochmal eine Menge Steinfarm gehen. Das ist ja so, ist das ja nix hier, ne? Man, so Lücken kann man ja mal ganz gut ausgleichen mit Holz. Ja, indem man das ein bisschen kunstvoll macht. Das geht ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ich werde hier echt nicht glücklich mit, ne? So, wenn ich da jetzt Holz noch dazwischen mache, so, sowas in der Richtung hier, das kann man ja ganz gut machen. Ja. Kann man sich ja immer so schöne Holzböden draus formen, ja? Und das kannst du dann halt immer, oder kannst du es auch quer machen, je nachdem, wie du die Böcke drauf hast, ja? Dann kriegst du diese Lücken halt auch zu, ja? Das ist, äh... Manchmal ist es halt auch einfach nicht so schön, aber dann muss man sich halt ein bisschen Mühe geben, dann passt das auch, ja? So. Ja, ihr seht es ja selber. Also, da kann man ja schon eine Menge machen. Ja, das war jetzt nicht so prall, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ich habe halt nachher echt eine Lücke hier und ich bin dann am überlegen, wie ich die zubekomme nachher mit dem, äh... mit einer Tür oder einem Tor oder sonst irgendwas. Das ist dann auch nicht so, so einfach. Da muss man wieder ganz viele tricksen, um das richtig hinzubekommen. Also, ich werde mir offscreen auf jeden Fall noch eine Menge Gedanken machen müssen, wie ich das am besten lösen kann. So, ich glaube, dazu werden wir heute aber leider nicht mehr kommen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Also, es geht wieder echt rasend schnell. Ähm... Ja, also, wie gesagt, ich muss mir da echt was überlegen. Kann auch sein, dass es das nächste Mal in der nächsten Folge schon wieder komplett anders aussieht. Aber, wie gesagt, hier an diesem Teil soll die Schmiede hinkommen, sodass ich dann hier quasi den Handwerksbereich habe. Auf der einen Seite den Wohnbereich, dann Küche und so weiter und so fort. Wir machen uns ein schnuckeliges Langhaus und eigentlich wollte ich das hier auch schon so weit vorbereiten, dass ich dann nachher auch hier die Eiterproduktion reinpacken kann. Und das wird natürlich wieder besonders knifflig, ja? Also, wer das mit dem Eiter schon gemacht hat, das Zeug zerdeppert hier halt auch gern irgendwelche Sachen, ne? Das ist also auch nicht zu unterschätzen. Na gut, ich werde was hinbekommen, werde euch das in der nächsten Folge zeigen. Wird mir natürlich auch wahnsinnig Freude machen, wenn ihr auch da wieder anschaltet und euch das anguckt. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschö, mitte! Tschö, mitte!